Was glauben Sie, wie war die Menschheitsgeschichte insgesamt? Stimmt die so, wie sie uns erzählt wird? Also Sie sprechen da ein extrem wichtiges Thema an, weil wenn man so arbeitet wie ich über Jahrzehnte nach sozusagen der Wahrheit sucht und immer wieder auf massive Lügen stößt, dann beginnt man sich natürlich zu fragen, was stimmt denn überhaupt oder wie weit geht das? Und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass wir weitgehend in einer kompletten Scheinwelt leben. Also es gibt ja ein berühmtes Zitat von einem amerikanischen Geheimdienstboss, der hieß William Casey, der sagte einmal in den 80er Jahren, unsere Desinformation funktioniert dann, wenn alles, was die Amerikaner glauben, falsch ist. Das ist also ein Bekenntnis zu einer kompletten Scheinwelt. Und ich denke auch, dass wir in einer solchen Scheinwelt leben. Es gibt nur wenige Dinge, die wir wirklich selbst real überprüfen können.